Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Tales of Cesteria. Beim letzten Mal habe ich gemerkt, dass ich in der Höhle ja in Sicht noch nichts zu suchen habe und bin mal wieder rausgegangen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Gdodin. Einmal alles abfucken. Oh, was heißt bedeutungslos? Speichern. Eine Stähle. Befehle. Na klar, werden einige von euch sagen. Befehle, sagt ihr. Die habe ich vergessen. Vergisst du auch manchmal das Atmen? Wenn ihr von Feinden unzingelt seid, gib einfach den Befehl ausschwärmen. Wenn du die Schwächen eines Feindes bearbeiten willst, befehl einfach allen Angriffe zu bündeln. Mit effektiven Befehlen kannst du den Kampfverlauf leiten wie ein Dirigent sein Orchester. Ja, nein. Geht amended Angriffe aus dem Weg. Geht Warsaw Ah, outsiders! Hey, die sagten nicht in der Schule war, cordiali nicht zu tun? Oh. Oops! Hi. Hi. Ist dieser neue Formatung dein Boot? Das stimmt. Der Viertelante gebaut die Stadt. Für die Zukunft der Stadt! Eine Schule! Es ist ein bisschen blöchiger als der Rest der Stadt, nicht wahr? Bist du schuldig? Wir haben nichts wie das in meinem Stadt! Wir haben immer noch einen, aber ich bin Slenj, der Chef von dieser Stadt. Was bringt euch alle die Richtung zu unserer kleinen Körner der Kontinent? Oh, naja, wir suchen für... Wir sind hier für Arbeit, recherchieren was die Leute essen auf der Frontier. Stuff wie das. Ihr efforts sind sehr viel verletziert. Dankeschön, unsere Stadt hat die Ravagen von Fäminen gebrochen. In fact, es ist noch mehr Bountiful als in Jahren vorhanden. Und wir haben den Chef zu bedanken. Wenn es etwas gibt, können wir uns helfen, nicht zu fragen. Du sagst das wie du das Haus hast. Es scheint ein schönes Stadt. Es ist mir ein bisschen an Alicia. Saree. Ich weiß, ich weiß. Wir werden es aufhören und versuchen, einige Beispiele zu finden. Was ist falsch, Edna? Nichts. Ich denke, wie Meebo mich überrascht hat. Oh, ich verstehe. Anyway, es sieht aus, dass es ein bisschen wie ein Ruin in den Backen der Stadt ist. Und es ist ein ziemlich altes Ort zu boot. Wie alt ist, du denkst? Es ist wahrscheinlich von der Dwarf des Dwarfs. Es könnte sogar sogar älter als ich bin. Du wirst nicht von der Temperatur des Averost. Wenn das stimmt, dann ist das ein unglaublich find. Warte, hey, Edna, wie alt ist dein Regenschirm? Neue Fundstätte, die Schule von Gedolden. Ich wollte eigentlich mit Edna reden, aber gut. Dir zeigt es, Meebo. Diesen Tag wirst du bereuen. Wir haben uns ewig mit Edna-Ausfällen und bizarren Vorfällen herumgeschlagen. Aber jetzt ist alles gut. Die jungen Leute, die in der Hauptstadt zu Gate kommen wollen, sind wieder zurück. Und diejenigen, die krank waren, fühlen sich wieder besser. Das alles haben wir dem Oberhaupt zu verdanken. Was ist falsch? Du fühlst dich verletzt. Es ist strange. Diese Stadt sieht eher prosperein. Und das ist ein Problem? Der Problem ist, warum? Es ist eine Sorte von Income. Genau. Die Lande in diesem Bereich ist infertile und nicht fit für Farmen oder Humpen. Es ist weit von einem major thoroughfaire, und sie haben keine Produkte lokale zu exportieren. Ist das wunderschön? Du denkst, ein Ort wie dieser wäre das erste, um die Verletzung zu Fäumen zu fallen. Es muss eine Erklärung für all das. Und unsere Familienbande werden uns durch das Zeitalter des Chaos tragen. Das hat unser Dorf überhaupt gelehrt. Feather. Ich habe ja gerade keine Teammates hier. Also sollte ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt mit denen reden. Mein Vater sagt, dass man Leuten aus der Hauptstadt nicht trauen darf. Er sagt, sie halten sich für was Besseres. Und das Oberhaupt sagt, es sei schlecht, Böses über andere zu denken. Er sagt, sie halten sich für den Schönen. Aber ich kann nicht fühlen. Aber ich kann nicht mehr, die Schöne der Seraphim. Ja. Der Schöne Seraphs ist weg. Es scheint, dass dieses Ort immer ein ziemlich barren ist. Aber es sieht, dass der current Schief konnte diese Probleme schützen. Ich kann sagen, dass die Leute hier sehr viel Respektieren. Ich denke, dass sie so. Das wäre normalerweise ein solches Umgebung. Ja, nicht nur jemanden könnte das ausziehen. Rose, ist etwas das Problem? Entschuldigung, ich war einfach überraschend. Ich erzähle dir mehr, wenn ich Zeit habe, um zu unterscheiden. Seit Slange überhaupt dieses Dorf sitzt, hat es sich von Grund auf verändert. Er hat dafür gesorgt, dass wir genug zu essen haben, die Schule finanzieren können. Ihm haben wir es zu verdanken, dass wir heute alle glücklich und zufrieden leben können. Ja, mit dem stimmt irgendwas nicht. Das ist die Höhle, die man, wenn man aus dem Dorf rauskommt, unten in den Klippen rechts sehen kann. Das ist die Ida-Höhle. Früher haben dort Banditen gelebt. Sie sind sie losgeworden, als sie klein war, aber die Höhle ist wahnsinnig tief. Ich frage mich, ob noch etwas von ihrer Beute versteckt ist. Wäre ich doch nur etwas jünger und abenteuerlustiger. Ja, ich habe da ein bisschen Beute rausgezogen. Die Höhle am Stadtrand? Ja, wir nennen sie Reines Land. Nur das Dorf überhaupt darf sie betreten. Das sind ihre Dorfregeln. Tut mir leid. Da muss ein Erbsalad werden. Es ist eine Ruhe! Warte! Du denkst, dass sie hierher gekommen sind, um den Künstler zu verraten? Sie besser nicht. Without unseren Künstler, Gadadin ist verraten. Es gibt noch keine Chance für Angst. Wenn sie aus der Pure Land bleiben, werden wir gut. Malevolenz! Los geht's! Los geht's! Es gab Malevolenz, die von dem Künstler kamen. Warum? Ich glaube, wir finden die Antwort in dieser Ruhe. Ja! Genau dann ist, diplomatisch ausgedrückt, urig. Unverblümt wird man es als anbezeichnen. Hier gibt's nicht viel Arbeit für einen Waffenschmied. Daher bin ich eher der Huchschmied jetzt draufs. Okay, wir haben wieder alle beisammen. Mit euch bin ich fertig. Dann muss ich mal wieder Ausrüstung durchgehen. Aber, ich pausier mal an der Stelle die Aufnahme und geh mal schnell die Ausrüstung durch. So! Ähm, ich hab jetzt einmal hier meine Ausrüstung ein bisschen runter reduziert. Also, auch mal einige Sachen verkauft und so weiter. Äh, Ausrüstung angepasst. Bisschen verschmolzen. Also, ich weiß nicht, waren glaube ich wirklich 15-20 Minuten, die ich damit jetzt zugebracht habe. Und jetzt geht's weiter. Vater war nicht das Genie, für das sie ihn alle gehalten haben. Er war nur ein gewöhnlicher Mann mit einer außergewöhnlichen Technik. Ein gewöhnlicher Mann, der daran verzweifelte, dass die Werkzeuge, die er herstellt hat, dazu eingesetzt wurden, um seine Mitmenschen umzubringen. Na? Wann mal? Früher gab's noch einen anderen Eingang ins Reine Land. Und da ist bei einem Erdbeben eingestürzt, wo er war, an der Stelle mit den vielen Felsen Südwestlichsdorfs. Ah, gut zu wissen. Meine Reichsdesteszeit, wenn ich ihn gefunden habe. Und wer es 1000 Jahre dauern sollte. Ach ja, ich hab nur meine Karte ist dead. Danke fürs Geschäft. Jetzt kann ich meine Reise fortsetzen. Allenteuerkarte ist erst die Grenze. Meine Reise ist erst zu Ende, wenn ich sie gefunden habe. Mit den Zweigen kann ich auch noch reden. Es scheint, da ist ein Schädenkarte neben uns. Uh. Aber, ganz am Anfang des Dorfs war ja noch hier das eine Norman Viech. Da. Wer bist du? Tension. Tension, Hunt. Tension, Hunt. Tension, Hunt. Tüh. Tension, Hunt. Tend. Tüh. 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 Ich würde sicher sein, wenn du so fragst. Frau Edna, bitte machen Sie etwas über diese Räume. Das ist kein Zeitpunkt, um zu schlafen. Mikleo kann nicht die Frau Edna von irgendwoher, kann er? Oh, für... Are you still hung up on das? Komm schon, spüren es aus. Frau Edna, ich bitte dich, um diese Räume zu移ren, die ich, den Pitiful Meebo, kann nicht. Hey, das ist länger. Well, ich schaue Interesse. Edna, ich denke, das ist genug für heute. We need you to do something about these rocks, Edna. Please, help us. I didn't mean you. Maybe not. But I'm as guilty as anyone here of taking you and your powers for granted. Even though I've seen malevolence born from that very mentality. Gratitude is vital in all actions. Whether you're worshipping the Seraphim, or simply journeying with friends. Seriously, it's fine. I'll give you my ability, the giant's strength. FYI, Sarray doesn't get jokes. Nice. I'll try to break down these rocks, that the meek and pitiful Meebo couldn't. Not you too. He really doesn't get jokes. Drücke rund um Gigantenkraft zu wirken, um bestimmte große Gegenstände zu zerstören. Wenn du erdempfindliche Feinde triffst, kannst du dir ein Kampfvorteil verschaffen. What mighty power? Oh. Wie war das in Sekiro? Das Fisten macht Spaß. Was ist dieses Ort? Einiges Schwerhaus? You got that right. For the stuff that's quickly becoming all the rage amongst the nobility these days. Elixir? It's fake. But my body feels oddly warm. That's because it's packed with energy drink garbage. Did I mention this stuff is highly addictive? Make one sale and we'll race back for more. Pretty devious. So, is this stuff being sold officially under the authority of the church? The certificate carries the authentic stamp of the Church of Rolands. But it looks like the sales prophets are all going to this village. So that's what you meant about tracking the flow of money. If there's someone in Gadadin who can create an official certificate... It has to be the missing pope! That explains the village's mystery funds. And the malevolence from the chief. So, they're either conspirators or... Or the chief is the pope. You! What are you doing in here? That has to be! Purification now begins. Sword flare! Strike! Try this off! I like me! Blink! Blink! Let's give it up! May I announce it over! Blink! 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 It's not often you see a serif using a staff. Like a club. I'm asked. It's not the chief! So you are here to capture the chief! I knew it! I'll die before I allow that! Enough! What is the meaning of this? Are you... Pope Macedra? I see you've done your homework. What would drive you to do such a thing? I would ask the same. I never desired the title of pope. So then, why must I continue to perform its functions? I originally joined the Holy Order in order to give a small blessing, a glimmer of hope, to my family and those around me. But that is all. But there are so many who cherish you. Sergei and the rest of the knights, and... I know that! That's why I worked so hard. I did all I could. I toiled for years and years, with no self-regard, for the sake of everyone. And then... I took a look around me, and there was no trace of my family left behind. They had scorned me as a man with no regard for his household. What was it all for? What fruits had I to show for my endless labors? Were you involved with the war against Highland? I abandoned everything. The war, my country, even my people. At that point, I was beyond all caring. I fled into the forest to meet my death. But these folks rescued me. The good and gentle people of Gododdin asked nothing of me. Content merely to treat me as if I were one of their own family. And so naturally, he wanted to give something back to the village. Even if it meant dealing fake elixir. I care for neither the Empire nor the Church. Call me a coward if you like. But now, I live for the sake of... My family. The villagers. Your family? Hmm. I can sympathize with him for sure. But nevertheless, we need to bring him back. We can't get the spiritual powers without deciphering the inscription. And the Cardinal is too much to handle for the Knights alone. But, on the other hand, without the protection and leadership of the Chief, what will become of Gododdin? The same could be said for Pendrago. You see the problem? It was him running away that caused this mess. Why should he get a free pass? There's gotta be a way around this. Maybe he could crack the code for us and head right back here? But you know what the Knights in the Church are like right now. You think they just let him walk away? Chief, are you okay? Chief, are you okay? Er hat das Elixier für uns gebraut, obwohl er sich des Risikos voll bewusst war. Ich werde fleißig lernen, damit ich das Oberhaupt eines Tages ablösen kann. shoots takes care of the músicabs. Bitte, du musst in unserer Öberhaupt gehen, ist. Ich übernehme die Verantwortung für den Verkauf des falschen Elixirs. Habt ihr das Oberhaupt verantwortungslos, was sagt es über die, aus dem die ihre Verantwortung auf ihn abgeschoben haben? Hast du mirlehnt guess, was du willst, weil er hat dein Leben riskiert, um unser Gedörder zu retten. Es gibt keine Grund für Alarm. Meine Wunschung hier ist fertig. Jeder, bitte schau� sich selbst. Worry nicht, wir sind sicher. Der Mann vor dir ist der Real Shepard. Shepard, es ist etwas, die ich idealerweise hoffe, dass du verstehen. Die Wunschung haben hier nichts gegründet. Das war alles meine Arbeit. Ich wollte nur die Wahrheit wissen. Das ist alles. Also bin ich weg. Bis jetzt. Ist das okay? Ich bin nicht sicher. Aber was ich weiß, ist, dass du diesen Mann vertreten. Und das ist genug für mich. Rose. Einige Dinge in der Welt kommen zu mehr als nur Black und White. Ich bin sicher, dass Sergei und die Königinnen auch verstehen werden. Aber das reale Problem ist, wie wir uns durch den Kardinalen kommen können. Ja, das. Ich weiß, ob wir es können. Der Kode der Inscriktion? Was, wir selbst? Das ist nicht so verrückt, ist es? Es ist ein Mann-Made-Puzzle, nachher. Das könnte sogar Spaß machen. Das ist vielleicht. Aber wir sollten zumindest an den Sky für ein Hinweis. Schöpferd, wenn du es nicht interessiert hast, folgt mir. Was war mit Miglios Haaren nicht in Ordnung? Gut, damit bedanke ich mich an der Stelle mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und tschau. Bis dann und tschau.